Hi, ich bin die Conny aus Ostwestfalen und heute backen wir Plätzchen. Ich habe euch ein Lieblingsrezept meiner Kinder oder meiner Familie mitgebracht. Ist ein uraltes Rezept von meiner Oma noch, ist nämlich Spritzgebäck. Das kann man wirklich in jeder Lebenslage gebrauchen, natürlich auf jeden Fall zu Weihnachten. Aber es schmeckt auch immer super lecker, zwischendurch mal zu einer Tasse Kaffee. Bei uns wird das meistens nicht alt. Und ich habe mir heute Unterstützung mitgebracht. Die Mathilda ist dabei. Ich bin Mathilda und ich helfe heute der Conny ein bisschen. Als erstes machen wir einen Rührteig. Wir machen das mal im Teamwork. Mathilda rührt, hier haben wir Butter drin. Die Butter ist zimmerwarm, damit man die schön rühren kann. Und dann noch ein bisschen mehr Power machen. Genau, wenn die Butter gleich schön schaumig geschlagen ist, dann geben wir nach und nach die Zutaten dazu. Erstes den Zucker. Immer weiter rühren. Und den Vanillezucker. Und dann geben wir nach Zutaten. Das Mehl, Stau, etwas Speisestärke, das ist ein sehr fester Teig, das soll aber auch so sein, weil sonst zerlaufen die Plätzchen hinterher auf dem Backblech und die sollen ja schön ihre Form behalten, deswegen ist er jetzt so fest, ein bisschen was zu tun. Und dazu kommen noch Mandeln, das war es dann jetzt auch an Zutaten. Soll ich mal übernehmen? In diesem Teig ist kein Backpulver, das haben wir nicht vergessen, sondern das gehört nicht zum Rezept, weil Backpulver würde auch wieder bewirken, dass der Teig schön auseinander geht und dann läuft er wieder auseinander, was wir gar nicht wollen. Also der ist so krümelig und fest, genau richtig. Und woher kannst du das? Also hat dir das deine Mama beigebracht? Also das ist tatsächlich ein altes Rezept meiner Oma. Aber ich habe auch mal Hauswirtschaft gelernt als Ausbildungsberuf. So, okay. Man kann ja... Ja gut. Genau. Es ist auch ein ganz spannender Ausbildungsberuf tatsächlich, der sehr vielseitig ist und nicht nur was mit Kochen zu tun hat. Und das habe ich gelernt. Dann bist du also hier der Profi. Genau. Um unseren Teig jetzt als Spritzgebäck zu formen, drehen wir den durch dieses alte Erbstück. Das ist eine alte Alexander-Werkmühle, die habe ich von meiner Oma auch geerbt. Also ist so ein Teil, da hänge ich dran. Cool. Hat natürlich nicht jeder. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr trotzdem Spritzgebäck machen möchtet und habt so eine Maschine nicht. Natürlich geht das auch mit einem Spritzbeutel oder einer Gebäckpresse nicht so einfach, weil der Teich so fest ist. Also da muss man dann schon was tun. Aber mit diesem kleinen, kleinen alten Fleischwolf geht das ganz, ganz schön. Probieren wir es mal. Wir probieren das mal. Ich mache jetzt so kleine Teichklumpen, stecke die da rein und du drehst. Okay. Vielleicht machen wir es noch anders. Du drehst, ich drehe und stecke rein und du nimmst jetzt mal einmal an da unten. Okay. Das schaffst du. Ja, okay. Ich versuch's. Ich versuch's. So, also wir haben jetzt schon mal eins in S-Form gelegt. So, vielleicht. Kann man das auch so machen? Kannst du auch so machen. Oder du kannst auch O's legen, wie du möchtest. Oh, okay. Ich probiere mal verschiedene Formen aus. Probier mal verschiedene Sachen aus. Genau. Kringel gehen. Es gehen auch einfache Stäbchen, also einfach gerade legen, aber dann nicht zu lang, weil sonst zerbrechen die nachher, wenn wir noch Schokoladenguss draufstreichen möchten. Ah ja. Das verstehe ich. So, wir haben jetzt ganz viele schöne Formen geformt und jetzt ist schon ein Blech im Backofen und das nächste kommt jetzt rein. Genau. Unsere Plätzchen sind fertig. Die ganze Küche duftet nach Plätzchen. Ich nehme die jetzt mal aus dem Backofen. eine schöne Farbe, leicht gebräunt. Die müssen jetzt auskühlen. Und wer dann Lust hat, kann sie noch mit Schokoladenwurst zum Beispiel verzieren. Kann man aber auch so lecker essen. Guten Appetit. Musik Bis zum nächsten Mal.